Willkommen bei N3 Klassik. Heute steht ein Besuch im Hochadel der Instrumentenfamilie an. Zumindest wird die Orgel gern als die Königin der Instrumente bezeichnet. Die größte Orgel der Welt besitzt eine unglaubliche Anzahl von Pfeifen, 17.000 zu finden in der Kongresshalle von Atlantic City. Eine große Domorgel kann es immerhin auf über 5.000 Pfeifen bringen. Die größte Kirchenorgel steht in Passau. In dem nun folgenden Film geht es jedoch nicht um Orgeln der Superlative. Unter dem Titel Orgelromantik wird eine Epoche beleuchtet, die wichtig war für die Orgelliteratur des 19. Jahrhunderts. Tonangebend war seinerzeit sicherlich Frankreich. Dabei stand Paris im Zentrum einer sich neu entwickelnden Orgelschule. In der Pariser Kathedrale Notre-Dame kann man noch heute eines der schönsten Beispiele französischer Orgelbaukunst bewundern. Ein Instrument des romantischen Orgelbaumeisters Aristide Cavallier-Col, der Abschnittger Frankreichs sozusagen. Ein Besuch in Notre-Dame darf bei einem Film über die Orgelromantik also nicht fehlen. Viel Vergnügen. Viel Vergnügen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020